Allerdings wird nicht alles in der Bibel jedem Bibelleser ohne weiteres verständlich sein. Manches, was aus den Lebensgewohnheiten und Vorstellungen einer weit zurückliegenden Zeit heraus erzählt ist, bedarf der Erklärung für den heutigen Leser. Und wieder anderes setzt schon ein tiefes Eingedrungensein in die göttlichen Gedanken voraus, um ganz erfasst zu werden, und nicht selten ist auch die Sprache in der Übersetzung Luthers dem Menschen der Gegenwart nicht mehr so recht geläufig. Nun, es gibt ja allerlei Erklärungen zur Bibel, und auch an neueren Übersetzungen fehlt es nicht. Aber der einfache Bibelleser wird für gewöhnlich weder das eine noch das andere zur Hand haben. Ist ihm darum der Schatz der Bibel verschlossen? Keineswegs. Weitaus das meiste, was sich dir in deiner Bibel darbietet, ist so einfach und klar, dass es gar keine Schwierigkeit hat, es zu verstehen. Und wenn du einmal auf eine Stelle stößt, die dir unverständlich ist, so lass sie zunächst ruhig auf sich beruhen. Du wirst deshalb bei deinem Lernen aus der Heiligen Schrift gewiss nicht verkürzt werden. Es mag leicht geschehen, dass, wenn du wieder einmal an diese Stelle kommst, du inzwischen durch deinen Umgang mit der Bibel und durch deine Lebensführung so viel Licht bekommen hast, dass dir der Sinn der Stelle jetzt deutlich ist. Auch kann dir Gottes Geist einmal plötzlich das Auge öffnen, dass du begreifst, was dir eine Stelle zu sagen hat. So können dir vielleicht auch jene ersten Kapitel bei Matthäus, von denen ich eingangs sprach, noch einmal bedeutsam werden. Wer treu ist im Lernen aus Gottes Wort und treu ist im Tun dessen, was er verstanden hat, dem geschieht gewisslich nach dem Wort des Herrn. Wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Dabei gilt's nur, sich zu hüten, dass man nicht eigene Gedanken in die Schriftworte hineinlegt und nicht ausweicht, wenn sie uns etwas sagen, das gegen unsere Neigungen und bösen Herzensregungen geht. An dem treuen Bibelleser wird sich das Wort erfüllen. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Was uns Gott lehren will, das ist, dass wir ihn erkennen und damit das ewige Leben gewinnen, daraus ergeben sich ein paar einfache Regeln fürs Bibellesen. Erstens. Richte bei deinem Bibellesen dein Augenmerk im tiefsten Grunde immer auf Gott. Wohl bietet die Bibel auch mancherlei, dass Leute interessieren mag, denen Gott Nebensache ist. Interessante Nachrichten aus alter Zeit, Einblicke in die Kulturverhältnisse früherer Völker, wundervolle Poesie, herrliche Schönheit der Sprache und wir wollen und dürfen dankbar auch darauf achten. Aber die große Frage, die uns immer wieder zur Bibel führen soll, ist und bleibt die, wie finde ich für mein Leben den rechten Grund und für meine Wanderschaft auf Erden das rechte Ziel? Wie werde ich Gottes gewiss und gewiss, dass er mich lieb hat und führt und mich herausreißt aus dem Bösen und zu einem Menschen macht, wie er sein soll? Wer danach verlangt, der wird den rechten Gewinn haben von seinem Bibellesen. Zweitens. Lies in deiner Bibel mit ganzer Wahrhaftigkeit und gib ihr überall Recht, wo sie sich an deinem Gewissen bezeugt. Lass dir den ewigen Unterschied von Gut und Böse, den die Menschen so gerne verwischen möchten, von deiner Bibel immer wieder ins Licht rücken und beuge dich vor ihrer Wahrheit, wenn sie dich demütigt. Lass dir deine Kleinheit und Verkehrtheit willig aufdecken, aber ebenso die Größe, Majestät und Liebe Gottes, der uns seinen Sohn geschenkt hat, dass, wer an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben habe. Lass dir zeigen in seiner Herrlichkeit und großen Liebe, dann wirst du dem Herzen Gottes näher und näher kommen. Drittens. Endlich bete bei deinem Bibellesen. Mit betendem Herzen muss man in diesem Buch lesen. Bitte, dass Gott selbst dir das Herz zubereite, seine Wahrheit zu fassen und bitte darum, dass sein Geist dir die Augenhelle mache und dir innerlich den Willen bewege, das Erkannter auch ins Leben und in die Tat umzusetzen. Gottes Geist hat mitgewirkt, als die Männer schrieben, denen wir die Schriften der Bibel verdanken, und durch sein Wirken haben sie so geschrieben, dass ihr Wort Gottes Erkenntnis geben und eindringen kann in die Herzen. Gottes Geist muss auch mitwirken, wenn wir lesen. Nur dann lesen wir so, dass Gottes Erkenntnis entsteht und das Herz getrieben wird, zu tun, was ihm gesagt ist. Darum müssen wir bei unserem Lesen um den Geist Gottes bitten. Durch den Geist pflanzt Gottes Wort den Glauben ins Herz, den Glauben, der sich im Leben bewährt. Es ist etwas unerhört Großes, dass Gott uns ein Buch geschenkt hat, durch das er selbst, der Ewige, mit uns, den armen Erdenmenschen, redet. Und weit über alle Menschen Gedanken hinaus, herrlich ist, was er uns darin kundtut. Einblick gibt er uns in seinen Plan zur Errettung der gefallenen Menschheit. Schauen lässt er uns, wie er diesen Plan ausgeführt hat, wie er zuerst das Heil vorbereitet hat durch Gesetz und Propheten in der Geschichte des Volkes Israels, wie er dann zu der von ihm bestimmten Zeit seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat, der für uns Sünder gestorben und auferstanden ist, wie dieser Jesus erhöht worden ist zu seiner Rechten als König des Himmelsreichs. Und sagen lässt er uns, wie dieser Jesus wiederkommen wird, das Reich Gottes zu vollenden. Das alles ist uns in diesem Buch geoffenbart und nicht nur geoffenbart, sondern dargeboten, dass wir es ergreifen und uns zunutze machen und durch Gottes herrliche Gabe Kinder Gottes werden sollen. Darin liegt aber für jeden, dem dieses Buch zugänglich ist und wem von uns wäre die Bibel nicht zugänglich, zugleich eine ungeheure Verantwortung. Du hast ein Buch im Besitz, das dir den Weg zeigen kann und will, zu dem lebendigen Gott und damit zum ewigen Leben. Und du lässt es liegen und läufst allen möglichen vergänglichen Dingen nach? Wie wird's dich reuen, wenn du es nicht benutzt hast und dann einmal nicht mehr benutzen kannst? Denk an den reichen Mann in der Geschichte vom armen Lazarus. Dagegen, wer der Stimme Gottes in diesem Buche lauscht und sein Herz auftut, dem teilt er durch sein Wort sein göttliches Leben mit. Denn wenn Gott spricht, so wird Leben. Darum nimm und lies! Sei achtsam! Du bist ein Verwalter des Talers, der dir zugewiesen wurde. Deine Ausgaben sind eine Reflexionsfläche, die offenbart, woran dein Herz hängt. Sei wachsam! Gaukler, Händler und Schauspieler können dich vom geraden Weg abbringen. Vielen Dank für den Rat! Du bist ein Engel in der Not! Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Das war's für ein Engel in der Euren aktiviert werden. Und das war's für ein Engel in der Nähe des Schlagot-Urkops. Weitere, die sich die in derушige Antrieb Von's Schauspieler kann eine Sprechung herabhängen. Vielen Dank.